Mach deinen eigenen Film und zeig uns, wie Nachhaltigkeit auf bayerisch funktioniert. Egal ob hoch oder quer, kurz oder lang, egal ob Smartphone oder Red, ob du allein bist oder im Team. Mach deinen eigenen Film und gewinne einen Filmauftrag bei uns in Wert von 10.000 Euro, 2.000 Euro Equipment oder einen 1.000 Euro Workshop. Die Regeln? Folge uns auf Instagram. Poste mindestens eine Behind-the-Scenes-Story von den Dreharbeiten auf deinem öffentlichen Instagram-Kanal. Schick uns deinen Film und veröffentliche ihn auf deinem Instagram-Kanal. Verlinke uns und benutze den Hashtag Diesmach ihn für uns in deinem Film und im Making-of. Stichtag ist der 15. November. Unsere Jury wählt die besten Filme aus und wer gewinnt, entscheiden unsere Follower. Zeig uns, wie Nachhaltigkeit auf bayerisch funktioniert.